Das ist hier Hassendorf. Das ist wirklich so ein schöner Name. Dafür haben sie ein schönes Bushaltehäuschen da. Hassendorf. Das ist zum Bahnhof gehört, da ist wir filmen aber gleich durch. Dann kommt der richtige Horn dahinten. Hassendorf. Hier ist das. 19. Oktober 2012. Hier alles schön war. Räume herbstlich. Jetzt kommen die Pferde. Verschiedene Farben haben sie. Da sind noch mehr die Reiten über Hassendorf. Hier auch keine Unruhe, kein Unfrieden. So wie es aussieht. Kindergarten. Hapsa auf hier. Kindergarten. Kindergarten. Hapsa auf hier. Pizzeria Italia. Früher waren das ja unsere Gastarbeiter der ersten Generation. Und da haben sie ihre Pizza auch gut. Na, tschüss.